Wenn man die künstliche Intelligenz fragt, bist du eine künstliche Intelligenz? Dann müsste sie ja eigentlich lügen und sagen nein. Kann sie sich als solche überhaupt erkennen und dann sagen, ja, eigentlich bin ich nur eine künstliche Intelligenz. Also im Prinzip ist die Frage, in welche Richtung dann die Antwort mehr Intelligenz beweist. Also ich freue mich ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit Inner Fields, den Künstlern aus Berlin, weil meiner Meinung nach die Kunst ein Gebiet ist innerhalb der Gesellschaft, die so überwältigende Entwicklungen wie jetzt die Transformation durch die KI ganz besonders effektiv auch hinterfragen können und Reibung erzeugen können. Also die Kunst ist möglicherweise in einer guten Position, solche Prozesse, die so beschleunigt ablaufen und die einfach nicht mehr gesamtgesellschaftlich in der Tiefe verhandelt werden, effektiv in Frage zu stellen und so auch jedes Individuum, was dann mit der Kunst in Berührung kommt, ein kritisches Bewusstsein zu schaffen und Diskussionen anzustoßen über den Umgang mit dieser Technologie. Wir beschäftigen uns ja in unserem künstlerischen Thema sowieso mit diesen neuen Medien und wie die elektronischen Hilfsmittel auf uns Menschen wirken und reflektieren das in unseren Arbeiten. Und als wir dann dachten, hey wir können jetzt mit Philipp mit so einem richtig krassen Nerd in dem Thema so eine intensive Zeit machen, war es so geil, wir kriegen so umsonst so einen Workshop zu unserem Thema, was wir sowieso haben, so mega. So echt, hat richtig gefetzt. Künstliche Intelligenz ist was, was unser Alltag schon wesentlich mitbestimmt. Jeder von euch hier hat schon ein Gerät in der Tasche, was Methoden der künstlichen Intelligenz benutzt, zur Navigation, zur Sprachsteuerung, für irgendwelche Assistenten. Keiner von euch war aber beteiligt an der Entwicklung dieser Technologien und dieser Apps, sondern sie wurden euch vorgesetzt, ihr benutzt die in der Art und Weise, wie sie vielleicht euer Leben relevant verändern oder auch nicht. Was unser Forschungsschwerpunkt zur verantwortlichen künstlichen Intelligenz in Zukunft erreichen könnte, ist, dass eben der Begriff der Verantwortung schon auf der Ebene der Entwicklung und des Designs von künstlichen Intelligenzsystemen eine Rolle spielen sollte, dass also nicht Technologien entwickelt werden, die dann einfach ausprobiert werden in der Gesellschaft, sondern im Prinzip man schon auf der Ebene der Entwicklung schaut, welche mittel- und langfristigen Folgen solche Technologien haben können, so dass das ein Ziel wäre, der Forschung aus der Perspektive verschiedener Disziplinen die Verantwortung schon in den Blick zu nehmen. Unser Bild handelt eigentlich davon, dass die KI repräsentiert durch einen Roboter und ein Mensch probieren, sich gegenseitig zu verstehen und irgendwie die Gedanken auszutauschen. Und das bleibt eigentlich als Fragestellung offen im Raum, wer da Nutznießer ist oder wer da irgendwelche Absichten hat. Es geht da einfach um dieses Probieren, sich gegenseitig zu verstehen und macht natürlich auch den Raum dafür auf, dass künstliche Intelligenz, die wir jetzt gerade erschaffen, Menschen gemacht, genauso eine Unbekannte wird oder werden kann, wie unser menschliches Gehirn und eben wie ein komplett autonomes Wesen dann agieren könnte.